Der Kantus Stuttgart ist ein semiprofessioneller Kammerchor, der von Jörg Hannes Hahn geleitet wird. Die Konzerte finden meistens im Rahmen der Konzertreihe Musik am 13. in der Stadtkirche und der Lutherkirche Stuttgart-Bad Cannstatt statt. Daneben gastiert der Chor regelmäßig im europäischen Ausland. Geschichte Der Kantus Stuttgart wurde 1991 von Thomas Schäfer als Kantus Cannstatt gegründet. 1996 übernahm ihn Jörg Hannes Hahn. 2002 sang der Kammerchor in zwölf Konzerten jeweils sämtliche Bach-Mutetten. 2003 trat das Ensemble in Japan und Korea auf. Im Juli 2004 gastierte der Kantus Stuttgart beim Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd mit einer Uraufführung von Adriana Hülski. Anschließend folgten unter anderem Auftritte beim Oberstdorfer Musiksommer. Im Herbst 2005 produzierte das Ensemble die Messe O.P. 4 für Chor und Orgel von Camille Sertsehns auf CD. 2006 folgte ein weiterer Auftritt beim Oberstdorfer Musiksommer mit Johann Sebastian Bachs H.Moll-Messe. Im selben Jahr trat der Kantus Stuttgart erstmals beim Europäischen Musikfest Stuttgart auf. Im Herbst 2009 gastierte er dort mit einer Uraufführung von Breis Pauset. Der Kammerchor Kantus Stuttgart ist Mitglied im Verband Deutscher Konzertchöre. Repertoire Der Kantus Stuttgart widmet sich vor allem anspruchsvoller A-Cappella-Chor-Literatur. Die künstlerische Spannbreite reicht von Werken des 16. Jahrhunderts bis hin zu Chormusik des 21. Jahrhunderts mit zahlreichen Ur- und Erstaufführungen unter anderem Hans Renner, Dieter Schnebel, Klaus Huber, Hans Sender, Wolfgang Riem, Milko Kehlemen.